Ich war im Januar 2013 hier bei Abikosa. Ich hatte manchmal Angstzustände, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen. Ich habe sehr oft Magenprobleme gehabt, Magenkrämpfe und nicht nur mit Unwohlsein, sondern auch mit Schwindelkeit etc. Und da sämtliche Ärzte mir nicht helfen konnten und gesagt haben, dass es keine körperlichen Dinge sind, die keine richtige Krankheit, wurde mir gesagt, bin ich dann zu Abikosa gegangen. Ich habe eine Sitzung gehabt. Ich habe mich erst mal, es war nach der ersten Sitzung, war alles sehr komisch. Es hat sich komisch angefühlt. Ich war sehr müde, aber auch erleichtert. Und ja, es war aber alles in einem ein schönes Gefühl. Ich habe seitdem keine Magenkrämpfe mehr. Ich habe auch nie wieder solche Zusammenbrüche gehabt. Egal nach welcher Nahrungsaufnahme oder nach welchem Stressfaktor oder wie auch immer. Und meine Spinnenphobie, es sind nicht meine Lieblingstiere, aber ich kann inzwischen Spinnen sogar mit dem Taschentuch entfernen. Ich würde Diagnosetherapie bei Abikosa sehr empfehlen. Mir hat es sehr viel geholfen und ich kann nur jedem empfehlen, hierher zu kommen und Diagnose auszuprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017